Hallo meine lieben Mädels, endlich mal habe ich Zeit wieder für ein Video aufnehmen. Heute möchte ich Ihnen wieder ein neues Outfit präsentieren. Das sind Kaschmiermäntel, unser Herz. Diese Kaschmiermäntel sind sehr, sehr bequem, sehr schön, sehr modern. Jetzt habe ich für Sie ein Modell ausgesucht. In Kamelfarbe, mit so schönen Knöpfen da. Wer möchte, kann ich auch noch Knöpfe annähen, mit Gürteln. Diese Mäntel haben wir immer im Angebot und heute gibt es eine Aktion. Wer heute noch bestellt, kriegt noch mal 20% Rabatt. Auf alle Klamotten, was ich heute zeige, auf alle Schuhe, ich sage Ihnen später Beispiele. Erst zeige ich Ihnen diese Mäntel. Diese Mäntel haben wir in Größen 38, 40, 42, 44. Ich habe es in Größe 44 an. Schauen Sie, wie wunderschön sind die gemacht. Das ist immer 80% Kaschmier, Viskose und 5% Elastami. Das ist nur Naturstoff immer. Diese Modell gibt es bei uns noch in Puderfarbe. Zeige ich Ihnen gleich. Das ist Puderfarbe, schauen Sie, wunderschöne Bearbeitung, ganz schön gemacht. Dazu gibt es auch Kleider, Schuhe, alles passendes. Gürtel ist da und bei Ihrem Wunsch kann ich noch die Knöpfe annähen. Diese sind auch die gleiche Größe. 38, 40, 42, 44. Ich erinnere Sie noch mal, heute gibt es eine besondere Aktion für Sie. Alle Klamotten, was ich zeige, gibt es 20% Rabatt. Also machen wir ein Beispiel. Diese Mäntel, die sind schon reduziert. Kosten die jetzt 325 Euro, minus 20%, das ist schon 65 minus. Und dann wird es preis 260 Euro. Also dazu habe ich zu diesem Kamelmantel, habe ich auch ausgesucht, die Tasche, die passenden Schuhe. Das ist Lederimitat, aber trotzdem sehr, sehr bequem, warm. Ich habe es vergessen zu sagen. Die Tasche kostet, das ist auch Lederimitat, die Tasche. Die ist auch schon reduziert, 43 Euro kostet die. Also, Schuhe. Die haben wir Größen 36, 37, 38 und 40. Mit Reißverschluss, mit so schnell hier. Gefuttert, warm und sehr bequem. Dazu habe ich noch ausgesucht, ein Kleid. Die Kleider sind auch aus feinste Viskose. Die sind sehr warm. Es gibt auch noch, es gibt auch noch ein Gürtel dazu. Aber die, zum Beispiel, breite Gürtel mag ich nicht. Wer liebt, ich habe es mir andere Gürtel genommen, ganz dünn. Das Kleid ist mit Taschen, mit Knopf, sehr, sehr fein. Es gibt Größen 38, 40, 44, 46. Ich habe es Größe 44 an. Und heute kostet das nur 72 Euro. Die sind lang. Vom Kleider zeige ich Ihnen, was zur Puderfarbe passt. Sehr gut. Schauen Sie, diese flauschiges Kleid. Auch sehr, sehr schön, elegant, warm und angenehm. Es gibt dekorative Reißverschluss hinten. Es gibt Größen 40, 42, 46. Das kostet mit regulären Preis 115 Euro, minus 20 Prozent. Und dann bleibt 92 Euro. Das Kleid ist sehr, sehr angenehm. Zu Kamelkleid kann ich Ihnen noch vorschlagen. Dieses Kleid ist das gleiche. Mit Taschen. Das ist so puschelig. Das ist warm, angenehm. Etwas sportlich. Und es gibt Größe 40, 44, 46. Das kostet mit regulären Preis 108 Euro. Und minus 20 Prozent bleibt 87 Euro. Bestellen Sie heute. Sie können mich anrufen in WhatsApp. Lieferung in ganz Deutschland ist kostenlos für Sie. Bitte schön. Und wir machen weiter. Und wir machen weiter. Und ich habe eine dunkle. Und ich habe einen Elternzeit. Bis zum nächsten Mal.